Soll ich dir mal was verraten, Severin? Ich liebe dich von Tag zu Tag mir. Severin eines Tages muss ich sie einfach sehen. Ohne ihren Mann natürlich. Ich erinnere mich an ein Haus im Opernviertel. Cité Jean de Saumur, elf. Warum sind Sie auch geregt? Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich helfe Ihnen gerne, wenn ich kann. Wann möchten Sie denn anfangen? Sie machen das bestimmt zum ersten Mal, oder? Ich habe eine Idee. Wie wäre es mit Belle de Jour? Wie Sie meinen? Haben Sie irgendeinen, der auf Sie wartet? Haben Sie einen Freund? Haben Sie einen Mann? Ich habe etwas Neues. Sie wird Ihnen bestimmt gefallen. Sie ist vielleicht ein bisschen schüchtern, aber sie ist eine Perle. Wie du dich verändert hast, ich kenne dich gar nicht wieder. Du glaubst gar nicht, wie es mich freut, dich lachen zu sehen. Woran denkst du, Severin? An uns beide. Du bist ein, ja, ich bin vorsichtig. Aber ich bin so wohlgekern, wie ich meine妻. Wie geht es? Ich bin sogekern. Du bist ein, ja, ich bin sogekern. Ich bin sogekern. Ich bin sogekern. Untertitelung des ZDF, 2020